Uns bleibt nicht viel Zeit. Der Bundestag ist dabei, zwei Maßnahmen zur Rettung des Euros zu beschließen. Den Euro-Rettungsschirm und den Fiskalpakt. Diese Abkommen hätten verheerende Auswirkungen auf die Demokratie in Deutschland und Europa. Trotzdem wird der Öffentlichkeit keine Zeit gegeben, darüber zu diskutieren oder gar nachzudenken. Hinter verschlossenen Türen verhandelt, sollen beide Verträge in kürzester Zeit durchs Parlament gewinkt werden. Folgendes ist geplant. Um verschuldete Staaten mit Krediten zu versorgen, soll eine Art neue europäische Superbank entstehen. Der Euro-Rettungsschirm. Er soll von den Euro-Ländern großzügig finanziell ausgestattet werden. Einmal bewilligt, kann er dann unabhängig über die Verwendung dieser Gelder verfügen. Die Entscheidungen des Rettungsschirms können weder vom Parlamenten noch von Gerichten hinterfragt werden. Denn er genießt Immunität. Das ist ein klarer Verstoß gegen rechtsstaatliche und demokratische Prinzipien. Auch der Bundestag hätte keine Kontrolle mehr über die von Deutschland zugesagten mehreren hundert Milliarden Euro, die im Ernstfall an den Rettungsschirm überwiesen werden müssen. Dabei macht diese Summe mehr als zwei Drittel des gesamten Bundeshaushalts aus. Außerdem soll der Bundestag den Fiskalpakt bewilligen. Darin verpflichten sich die Vertragspartner in Zukunft kaum neue Schulden zu machen und Altschulden abzubauen. Wer dem nicht folgt, muss saftige Geldstrafen an den Euro-Rettungsschirm zahlen. Aus demokratischer Sicht ist aber besonders bedenklich, dass sich der Fiskalpakt nicht kündigen lässt. Deutschland käme aus dem Vertrag nur dann wieder heraus, wenn alle Vertragspartner der Auflösung zustimmen. Egal welche Volksvertreter wir den Bundestag wählen, ihnen wären die Hände gebunden. Das ist eine Entwertung des Wahlrechts, die wir nicht hinnehmen können. Es ist noch nicht zu spät. Wir stellen uns der Aushöhlung der Demokratie entgegen und werden eine Verfassungsbeschwerde beim Bundesverfassungsgericht einreichen. Ziel ist es, die Ratifizierung des Euro-Rettungsschirms und Fiskalpakts vorläufig zu stoppen. und eine Volksabstimmung über beide Verträge herbeizuführen. Vergangene Urteile des Gerichts lassen uns hoffen, dass wir mit unserer Klage Erfolg haben können. Schließen Sie sich der Bürgerklage an. Die Demokratie braucht Ihre Unterstützung. Jetzt.